Röter. Der Betreiber der Pension in der Ernst-Hellmann-Straße hat den Bauantrag zur Umnutzung der Einrichtung zu einer Erstaufnahmeeinrichtung für den Freistaat Sachsen verändert. Die bisher beantragten 600 Plätze sind auf 305 reduziert worden. Das Landratsamt behandelt den geänderten Antrag. Die Stadt Röter ist aufgefordert worden, eine neue Stellungnahme zu den Vorhaben abzugeben. Zu dem bisherigen Bauantrag hat die Stadt sich kompromisslos ablehnend positioniert. Mit der Stellungnahme zum geänderten Antrag wird sich der Stadtrat voraussichtlich auf seiner nächsten Sitzung am 7. April befassen.